Willkommen Leute zu einer neuen Folge Waro und ja, auf dem Server ne? Ja, ich bin jetzt noch momentan in der Hölle und hab mich da ja so ein bisschen verlaufen, mehr oder weniger. Also ich weiß jetzt schon, wo ich hin muss, nur es gab ja das kleine Problem, dass ich dann diesen Fehler hatte. Also meinen alten Gang nicht mehr gefunden hatte. Deshalb schaue ich jetzt mal, dass ich jetzt mal wieder zurückfinde und dann teilen wir ein bisschen den Stuff auf. Richtig, ich habe hier vier Äpfelchen und heute ist die Folge rausgekommen, die Kampffolge und so. Und ja, es sind sehr nette Kommentare, sondern ich weiß ja nicht, was ich jetzt machen soll. Wenn wir kämpfen, sind wir Ärsche, wenn wir nicht kämpfen, sind wir auch Ärsche. Also was sollen wir jetzt machen? Kämpfen oder nicht kämpfen? Irgendwo zwischen Hurensöhne und Wichser gab es dann auch die netten Kommentare. Ja, aber das ist echt krass. Allein die Folge hat mehr als dreimal so viele Dislikes bekommen, wie jedes andere Video innerhalb der letzten zwölf Monate von mir. Ach, man kann es nie allen recht lachen. Es gibt halt immer Leute, die möchten das so. Da waren die Videos alles drin. Es war Kampf. Es war tragisch. Es war Spannung. Es war Tragödie. Ja. Jetzt besonders, wo wir auch die Perspektive mal von Simon sehen konnten, von GLP. Ich habe es noch gar nicht gesehen. Ich habe keine Zeit dazu. Also ich kann es dir auf jeden Fall. Ja, du kamst jetzt noch nicht dazu zum Beispiel. Ich bin seit 28 Stunden wach. Ja, eben. Läufe ich hier auch richtig? Moment mal, laufe ich hier richtig, Leute? Nobody knows. Leute, ey, was ist das für ein Scheiß hier? Nee. Jedenfalls, ähm, ja, es lag halt daran, was ich auch eigentlich schon gedacht hatte. Simon hatte kein Essen mehr und war jetzt natürlich nicht so cool. Ich hätte mir auch ehrlich gesagt wirklich ein besseres Ende gewünscht. Aber, naja, wir können ja halt nichts führen, ne, wenn man es so sieht. Jeder konnte sich so equippen, wie er möchte. Und hier ist schon wieder eine Crew. Ich glaube, die spawnen irgendwie doch neu. Keine Ahnung, warum ist das in neuen Versionen, was die doch neu spawnen? Ich habe keine Ahnung. Hier ist ein Enderman, den kann ich nochmal schnell bilden. Ich kann nochmal ganz kurz EXP, so bis Level 16. Ich bin ja sowieso in der Hölle. Aber ich gucke auch gerade, dass ich jetzt doch noch, äh, wieder den 0-0-Punkt finde. Jo. Es ging halt nur darum, dass wir uns jetzt nochmal hier getroffen haben, dass wir einigermaßen zügig wieder aufnehmen. Ja. Weil es halt echt blöd, wenn wir jetzt getrennt sind. Wenn wir jetzt schon noch als einziges Team übrig sind, dann sollten wir den Vorteil auch ausspielen, und zwar richtig. Alles andere wäre echt blöd. Ganz ehrlich. Ich schaue gerade, ey, wie komme ich hier wieder zurück, Leute? Ich habe irgendeinen Scheiß gemacht. Ich merke schon. Was habe ich hier gemacht? Ach, hier ist diese Festung, und hier sehe ich Fackeln, okay. Das heißt, allzu weit entfernt kann ich nicht... Ah, ich sehe schon, das habe ich, glaube ich, da platziert damals. Boah, jetzt muss ich irgendwie in die Richtung oder so, kann das sein? Ein Monster-Hunter hier die ganze Zeit. Ich passe auf, dass mich jetzt nichts wegnuket wie das letzte Mal. Boah, war das schlimm. Die hier entlang, glaube ich, und jetzt... Hä? Da? Leute, ich bin gerade, ehrlich gesagt, ein bisschen überfordert, wo ich hin muss. In die Richtung, glaube ich, ne? Ja, doch, in die. Ich habe noch eine Ender-Perle bekommen. Ja, sauber, genau, Ender-Perlen bräuchten wir auch ein paar ein bisschen. Ja, doch, in die Richtung muss ich, okay, perfekt. Beweis ich das jetzt auch. So, ich bin unbedingend, was wir jetzt hier noch machen. Ähm, ähm, ähm. Okay, hier sehe ich den einfach los. Ich habe keinen GLPs in der Tat, ich habe keinen Äpfel oder so. Okay. Hier entlang, hier entlang. Ah, doch, ich glaube, ich habe jetzt wieder den Punkt gefunden. Hä, wo bin ich denn? Okay, ich habe keine Ahnung, wo ich hier gelaufen bin, ohne Witz jetzt, also. Ja, mal um die komplette Hölle, hör rum. Total verlaufen. Okay, ist jetzt echt schon krass. Hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet, Leute. Bist du wieder zurück, wenigstens? Ja, ich bin jetzt gleich da, also am Portal. Ja, wir sollten halt ein bisschen Zeug sharen und so. Ja. So, Level 15, das heißt, ich komme voran. So, ich glaube, jetzt muss ich noch da hoch und dann bin ich wieder da. So, hoch da. Oh, ich bringe meinen Panzer nochmal ein bisschen mit den Diamanten. Perfekt. So, hoch da, hoch da. Ja, okay, ich habe es gefunden. Und warum ist hier noch Quarz? Okay, hä? Hier ist noch Quarz, hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Perfekt. Nehme ich Quarz nochmal mit und... So, Quarz. So, jetzt bin ich gleich da, oder? Hä? Ernsthaft, Leute? Wenn ich jetzt gleich nicht da bin, dann werde ich echt bekloppt. Schwert, bekloppt, bekloppt. Wo muss ich denn bitte schon hin? Bist ja fast wie gesiebst, der hat nicht meinen Weg zum Kühlschrank gefunden. Ja, das schaffe ich noch, aber das überfordert mich gerade ein bisschen. Oder? Leute, doch, 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 jetzt geht es hier, glaube ich, wieder. Jetzt geht es. Ja, doch, Leute, easy. War natürlich alles nur Spaß. Jetzt müsste man bei dir, wenn man es etwas aufwendiger gestalten will, aufwendiger schneiden will, so ein Dings in die Ecke einfügen, Achievement Get, Weg gefunden oder sowas. Das wäre richtig cool. Das wäre schon eine... So Custom Achievement, Messages und Videos mit einblenden. Oh ja, das mache ich vielleicht demnächst mal. Doch, ist gar nicht mal so blöd. Muss ich mal ein Jump'n'Run nebenbei, Leute. Okay, komm ich. Ach so ist das, glaube ich, oder? Ist das so oder ist das nicht so? Ich weiß nicht, was du machst und wo du bist. Keine Ahnung, ich bin ja fast... Ich bin ja fast... Ich bin ja fast... Ich bin bei X30 und bei Z40, aber irgendwie finde ich das Ende noch nicht so ganz. Alter, alter, alter. Die Richtung, glaube ich, oder? Muss ich zum Spawn kommen und dich abholen? Das wäre nett. Dann komme ich mal. Jemand meinte, wo auch am Spawn laufen irgendwo... Läuft irgendwo ein Golem um oder so, ein Eisengolem. Okay. Weiß jetzt nichts dran. Ähm, ihr verzeiht es mir, wenn ich jetzt nicht sprinte, wegen Essen sparen. Ja. Weil Zeit haben wir eh so ein bisschen. Was ist denn noch so die Spuren des Kampfes? Obsidian. Oder hab ich es jetzt... Hab ich es jetzt geschafft, Leute? Hat er es oder hat er es nicht? Das sehen Sie in der nächsten Folge. Hä? Hab ich Fehler bekommen? Nein. Er müsste hier... Moment, der 0, 0. Nein. Ach, Leute, was ist denn das? Ich werde hier doch verarscht, oder? Nein, du findest nur den Weg nicht, glaube ich. Ja, das stimmt auch. Moment, 0, 0. So, hier. Hier. Hä? Das Portal ist irgendwie nicht gesponnt. Ich muss sogar die Chunks neu haben. Heißt, ich müsste da nach oben, oder was? Ach, du Scheiße. Was hab ich denn gemacht? Ich kann mal durchs Portal mit durchs Tier. Da muss ich mich da jetzt seriously hochbauen. Ich glaube, es läuft darauf hinaus, weil da... Neben dem Portal steht noch eine Kiste, ne? Da hängt nichts dran. Da sitzt man da gleich dran. Äh, ja, ich bin beim Portal. Wo? Ah, ist denn rum? Das Portal ist, äh, bei 0, 0 und 91 auf der Höhe. Ach, 91? Das kann sein, dass ich ein bisschen weiter drunter bin jetzt. Äh, ja. Geh doch einfach da hoch, wo du hergekommen bist. Ja, mach ich ja gerade, aber trotzdem irgendwie... ... bin ich's nicht. Bin ich bei 87? Wir haben gerade eben schon mal in der Hölle verlaufen. Wir laufen uns in der Hölle. 2.0. Oder ich. Ja. Ich fau mich jetzt einfach hoch, ist mir egal. Weil ich achte aber auch darauf, dass jetzt nicht irgendwie Lava runterfließt oder so. Oh, da fließt nämlich Lava runter. Lava fließt schneller als in der normalen Welt, pass auf. Ja. Ach, Leute. Was ist denn das hier für ein Dreck? Steh hier am Portal und warte so auf dich. Tralala. Aber ich hab auch in Weizgehen so nichts mehr zu tun. Wir können keine Gottäpfle machen. Apfel fällen schon mal weg. Aber ich könnte vielleicht noch Bäume fällen, damit wir normale Äpfel für Essen haben. Okay. Und ich hab auch wieder zwei Federn. Das heißt, wir können wieder Pfeile machen. Ich vertraue mal darauf, dass du es alleine zurückschaffst. Wir sind schon bei 9 Minuten übrigens. Alter, Mann. Was hab ich denn hier wieder geschafft? Gar nichts. Oh, das ist echt viel. Die Falle wurde übrigens von GLP-Entschärfter den Pistock gebaut. Z ist minus 36. X ist minus 12. Warum bin ich hier nicht? Ich sehe auch überhaupt gar nicht einen Gamertag. Ich bin schon wieder aus der Hölle raus. 1, 1. Ach so. X, 1, Z, 1. Y, 91. Bin grad dabei. Ich bin grad dabei. Moment, Z. Die richtige Richtung. Aber gleich sollte ich jetzt eigentlich da sein, oder? Z. Ja doch, Koordinaten passen an sich. Alter, ich kann mal so verlaufen. Hä? Beide Spitzhacken sind kaputt gegangen. Toll. Hast du Holz dabei? Ja, ich muss mir jetzt eine Holzspitzhacken machen. Wow. Hast du Eisen dabei? Ja, hab ich, aber nur zwei. Hey Leute, perfekte Voraussetzungen hier. Um zu sterben. Ach Gott. Ne, drauf gehen bist du wahrscheinlich nicht, aber das ist doch so. Mäh. So, X13. Du hast dich ja nicht runtergebaut. Nein. Ich bin noch fast da. Jetzt ist Z. Muss ich denn entlang hier? Okay, hier muss ich entlang. Leute, ihr wisst auf jeden Fall, ich hab den besten Orientierungssinn. Ich schad's auf jeden Fall in dieser Folge nochmal zurück. Ja, ich hör schon das Portal. Hä, ist es da rüber? Ach, es ist da rüber. Yeah, ich bin wieder zurück. 91, hab ich doch gesagt. Oh, endlich. Dann, jo. Bleibt uns nicht viel, außer vielleicht Äpfel sammeln oder so. Bin ich hier. Wie? In der Workbench. Ich will hier raus. Hä? Was ist das hier eigentlich für ein Scheiß, Leute? Geh doch damit durchs Portal durch. Du sagst, dass du es schon... Ja, ich bin doch nicht. Ich hab's nur gehört. So. Ich höre Lava und deswegen bin ich vorsichtig. Oh Gott. Zombie-Pikman. Es geht aber vorbei. Zombie-Pikman macht nix. Ach da! Lol! Ja. Leute, was war das denn für ein Scheiß? Haha! Beste Story. Wenn ihr das seht, ey. Danke. Alter, was war das denn jetzt? Alter. Ich kann's mir vorstellen. Ziemlich behindert. Bestimmt hast du einmal komplett ins Portal dich rundherum gebuddelt. Ja, ungefähr. Ja, irgendwie. Koordinaten lesen. Ja, ich war ja schon da. Ich wär so... Ich geh weiter, ich geh weiter, ich geh weiter. Ich denk so... Hä? Hä? Hier sind wieder Schweine. Also ich seh'n Schwein. Kills. Nimm's mit. So wie's aussieht, scheinen die doch wieder einzeln zu spawnen. Ich hab das noch im Kopf, dass die nicht mehr spawnen. Ja. Deswegen. Ich bin euch nochmal ein Bäume abholzeln. Hoffen, ihr fallen nochmal Äpfel runter. Dann können wir die nämlich als Nahrung nehmen. Ja, das ist gut. Auf jeden Fall. Aber einmal... Oh, passt. Lauf einfach. Okay, wo soll ich hinkommen? Da, wo wir wieder vorhin waren? Unsere Kiste war. Okay. Ich hab übrigens noch einen Milcheimer, ne? Also... Jujo, das ist immer schön. Weil, falls ich irgendwie den Kampf vergiftet werden sollte, aus welchen Gründen auch immer... Wenn, dann durch Hexe. Aber Weakness kannst du auch abkriegen. GLP hat auch einen Weakness-Tränke gebraucht. Ja, Weakness-Tränke und... Ja, den kann man ja dann auch wegmachen. Jujo. So, ich bin da. Ich bin jetzt an der Kiste. Ist schön. Ich bin ein Stückchen hinterher gegangen. Weißt du noch, wo die Bäume abgeholzt hast? Ja. Komm mal da entlang. Okay. Kann ich die hier so... Ich hoffe, ich meine jetzt dieselbe Stelle. Da ist er ja. Ich sehe einen Gegner. Dimm, 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 dimm. Hier ist ein Holzblock. Yeah. Wie viele Äpfel hast du? Ich muss erstmal jetzt hier die Sachen wieder machen. Okay, so. Protection 3. Mache ich natürlich so rum. Jetzt habe ich einen Protection 3 Brustpanzer, der wieder vollständig ist. Hast du irgendeine Art von Gold? Nein, gar nichts mehr. Ich habe vier Gold in Äpfel, du hast einen. Fünf, wir müssen es aufteilen. Willst du drei, ich zwei? Ja, können wir auch so machen, wenn du willst. Dann komm, hau rein. Dankeschön. Ich habe fünf Heildränke. Du müsstest auch nochmal fünf Heildränke haben, ne? Ja. So, und ähm... Liegt's gut. Mein Brust... Nicht mein Brustpanzer, sondern mein Helm und meine Schuhe, die sind auch fast kaputt. Also hast du noch irgendwie Diamanten oder sowas? Hast du noch Level übrig? Ja, drei. Ne, das schickt nicht, du brauchst mindestens sechs. Scheiße. Ja, guck mal in unserer Kiste, ob da noch irgendwie Brustpanzer oder so drin ist, gebrauchte. Schuhe ist denn da noch? Oder Schuhe. Dann zieh die an, falls deine kaputt gehen, ziehst die einfach schnell an oder so. Ja, also mein Helm geht auf jeden Fall kaputt. Der hat sogar schon rote Anzeige. Wie viel Level hast du denn? Vier. Ich habe auch meinen Brustpanzer nochmal repariert gehabt. Hätte ich jetzt gewusst, hätte ich halt jetzt einen Schuh von dir genommen, aber war noch nicht ganz so kaputt. Er ist ja kein Ding, weißt ja nicht. Also sechs, könnte ich kombinieren. Section 2. Ich brauche mindestens zwei, dann sind die fast wieder repariert. Das reicht eigentlich schon, also bei den Schuhen. Und beim Helm, wie viele Diamanten hast du noch? Oh, das sind Mobs. Ich versuche die Mobs jetzt einfach zu töten. Wenn du in unserer Kiste bist, kriegst du Pfeile. Okay. In unserer Kiste liegen Pfeile drin für dich. Ganz oben rechts in der Ecke. Ja, ich komme. Alle, die ich machen konnte. Und wenn du noch zwei Flint hättest, dann könnte ich sogar nochmal acht Stück machen. Ne, ich habe gerade gar keinen Flint mehr. Kommt zur Kiste, wir werden gleich gekickt. Ja. Ich habe den Amboss da gelassen. Moment. Die Pfeile, ach hier, 24, ne? Ja. Pass auf, hinter dir ist ein Zombie. Mit den Amboss gelassen. Wir werden auch gleich schon wieder gekickt. Egal, passt schon, der ist nicht so viel wert. Lass mal ein Stück zur Seite gehen oder so. Und dann hier ausloggen. Schön, dass wir dann ineinander stehen. Gut. Dann haben wir uns wenigstens gesammelt. Perfekt. Perfekt. Ja, ich würde sagen, Leute an sich. Ja, es passt. Schuhe sind jetzt nicht so gut, muss ich sagen. Aber, ja, hast du eigentlich nur Dias gehabt, oder? Ich habe noch welche übrig, aber du brauchst, wie gesagt, wenn du sechs Level für. Ja. Egal, das kriegen wir noch irgendwie hin. Machen wir die Schuhe fertig, haben wir wieder alles gut. Aber die Pfeile, ey, das ist jetzt echt mies, auf jeden Fall. Ich habe sie in die Kiste getan, hast du rausgeholt? Ja, ich habe die rausgeholt, aber ich habe trotzdem nur 28 und das ist ja nicht so viel. Das ist nicht so viel, aber wir könnten halt noch ein bisschen gucken, dass wir Chickenfehler kriegen. Aber dafür ein bisschen. Ja. Obst du, die Welt ist klein und die meisten Chicken sind tot. Ich habe noch zwei Federn, aber klar, das reicht für acht weiter, aber. Ja, wir schauen einfach mal und ansonsten würde ich sagen, Leute, das war es von der Folge und bis zum nächsten Mal, ne? Jo, lasst rachen und tschüss.